Bitte, bitte, bitte. Nein! Herzlich willkommen zur 15. Folge von ZUSI 3 zusammen mit Tobi. Moinmoin! Heute mal in der verschnuppten Edition, zumindest bei Tobi. Ja, mich hat's mal wieder erwischt. Naja, wir sind hier am Bahnhof Westerland auf Sylt. Hinten haben wir auch das Autoverladeterminel und sowas. Und wir fahren heute einmal wieder zurück in Richtung Hamburg-Altona. Vor zwei Folgen sind wir ja hier nach Westerland hingekommen. Und jetzt geht's einmal wieder zurück aufs Festland. Und ich würde sagen, ich lade mal kurz den Zug, damit wir doch gleich losfahren können. So, da wären wir. Mal ganz kurz, die Displays dunkelstellen, mit so hübsch sind. Wir haben noch einen elektronischen Buch verplant. Der ist zwar hier unten von den Bremshebeln ein bisschen blockiert, aber ich glaube, ich kann trotzdem alles erkennen, was ich erkennen muss. Sieh mich immer mal mit denen hier und schieb ihn mal auf den zweiten Bildschirm rüber. Den werden wir, glaube ich, erst mal nicht brauchen. So, ich gehe mal nach draußen. Hier natürlich falsch geschildert, Westerland auf Sylt. Wir fahren aber nach Hamburg-Altona. Aber es hat eine statische Anzeige, die stellt sich nicht so ein, wie es gerade passt. Und wir sind hier unterwegs im Steuerwagen, wo ich ja denselben Fehler mache wie vor zwei Folgen, wo ich auch in den Kommentaren korrigiert wurde. Das ist kein Triebwagen, sondern nur im Steuerwagen, weil da ist eine Steuereinheit drinne. Keine Antriebseinheit, also kein Motor drinne. Der ist nämlich hier in der Lok drinne. Und dann haben wir nochmal Waggons gespannt und noch eine zweite Lok. Also wir sind heute mit zwei Loks unterwegs und auch doppelt so vielen Waggons. Doppelte Verantwortung. Doppelte Verantwortung auch dann. Richtig. Weil, wie gesagt, das ist ein Steuerwagen und ein Triebwagen, ist halt einfach so ein Diesel-Triebwagen oder ein Elektro-Triebwagen, wo es keine Lok gibt, sondern wo halt eben das Ganze, der Zug an sich eine ganze Einheit bildet. Deswegen, das war mein Fehler da. Die letzte Folge. So, 22 soll Abfahrt sein. Wir haben schon eine halbe Minute drüber. So, ich schließe mal die Türen. Das rote Männchen ist zwar noch da, die Türen sind noch mal geschlossen. Na ja, ich fahr los. So, ich kann es zwar nicht genau erkennen hier am Rufaubplan, was die Geschwindigkeit ist, mit der wir ausfahren sollen. Das könnte eine 50 sein, das könnte eine 70 sein. Ich nehme ab 50 km h zur Ausfahrt. Ich glaube, das sollte genügen. Grün haben wir ja hier, ein mechanisches Ausfahrsignal. Neben uns stehen hier überall links und rechts Autozüge. Und das Stellwerk, oder eines der Stellwerke, weil es mir jetzt sogar mehrere gibt, könnte ich mir vorstellen, über die Größe des Bahnhofs hier. Übrigens beim Beschleunigungsbalken, das blaue Ding, was er normalerweise anzeigt, wie weit es jetzt gerade ist, das fällt in diesem Zug irgendwie. Man weiß nicht warum. Wir sehen nur diese weißen Dreik, was zeigt, was das soll, das ist wie viel es sein sollte in Beschleunigung, aber das ist, den Istwert dieser blaue Balken, der ist beschwunden. Wie der auch sei. Das ist nicht alles perfekt. Sollen Bahnbürgern, einmal noch mehr Ausfahrsignale, über einen Abschwellbahnhof, noch ein paar Autowaggons, die da stehen. Dann haben wir jetzt hier die 100 kmh. Und der nächste Halt, Kai-Turm, ist bei 233 kmh. Also man will was zu fahren. So noch, na ja, drei Kilometer. Ich kann aber noch schleunigen, die 100 kmh. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir noch ein bisschen mehr. Bei Mützen war, ich weiß gar nicht, ich glaube, da war es relativ dunkel dann schon, als wir angekommen sind. Ich hoffe, es wird immer noch was nebelig oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr. Da war ja aber auch ein paar Silberlinge-Kratsch-Gegen gehabt. Also Nahverkehrs-Zugwagen. Geschwindigkeit nicht vergessen. Na ja, 100 kmh. Na ja, ich dachte nur. Du müsstest wissen, wir haben schon den zweiten Aufnahmeversuch jetzt gerade, weil der erste war irgendwie komplett komisch Katastrophe, mit Zwangsbremsung und direkt alles. Und na ja, dann kam noch ein bisschen was dazwischen. Genau, rechts das Signal. Das ist einfach nur für Autos. Das war für die Autos hier gerade. Warum war das einfach nur die rote Lampe, indem das ja bei nur noch geschlossen ist. Genau, bei dem ersten Aufnahmeversuch, da habe ich mich nämlich gewundert, was das für ein rotes Signal da ist. Aber das ist nur für die Autos. Das ist für die Autos, aber das ist nur aus. Aber hier war dieses eine Weg, der parallel hier zu Eisenbahnstrecken gingen. Und für die war die eben das, damit die aussehen, dass die Bahnung geschlossen ist. Genau. Das ist halt da halt so aus, als ob das irgendein Signal direkt da wäre. Aber das ist keine Rangsläse, die es nur vor den Straßenverkehr gemacht ist. Sogar. Aber wie ist das, diese Schnur für die Formsignale jetzt von der linken Seite auf die rechte Seite gewechselt? Unter den Gleisen durch waren wir das. Nächster halt. Da muss man genau aufpassen, da gibt es so Stellen, wo die die durchwechseln. Ja, das Schöne ist, im Steuerwagen ist auch, ich kann nicht mal ordentlich bremsen. Nicht so seltsame Bremse da aus der Lok, sondern ich kann hier bremsen, wie ich es gewohnt bin. Da muss man aufpassen, so hier kommt es durch so eine Stelle, jetzt sind sie hier links, dann ist hier so eine Betonunterführung, jetzt wechseln sie nach rechts rüber. Das ist eine Seile, die gerne über Umlenkrollen und sowas, werden die dann einfach zur Seite rüber gedreht, dass sie dann unter den Gleisen durchkommen können. Da hat sie schon echt jemand Gedanken gemacht. Naja, das ist hoch ausgelöte Mechanik hier. Rotes Signal, wir warten auf den Gegenzug. Da sehen wir doch auch schon den Zug, der nach Westerland kommt, der dann erstmal jetzt gleich Pause macht. In Westerland. Türfreigabe. 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 So, da stehen wir hier. Mal schauen, wie perfekt ich hier gehalten habe. Ja, also. Oha. Perfekter geht es doch kaum das anhalten, oder? Krass. Krass Sache. Einfach der Profi. Einfach der Profi. Als würde er das schon viele, viele Stunden machen. Ja. Wie viele Stunden hast du euch in dem Spiel? Oh, das müsste ich mal nachschauen. Das könnte ich dann einblenden. Nach der Folge. Ob ich viele Stunden nicht habe. Also im Schnitt dann auch. Ja, genau. Das ist gleich im Schnitt dann auch. Also jetzt seht ihr hier. Wow. Okay. So viele, echt? Ich kenne die Zahl nicht. Aber wir staunen trotzdem einfach mal. Oder besser, ich kenne ja recherchieren. Warte mal. Ist das auf Steam? Ja, ne? Ja, ja, auf Steam. Stimmt, wir sind ja Steam, aber dann könntest du das ja einsehen. Kann ich das ja nachgucken. Ha. 223 Stunden. Boah. Das ist mehr als ich in den meisten Spielen habe. Aber gut, wenn eine strengelnd auch so eine Stunde ist, ne? Aber in Trainsenward, äh Quatsch, ja, in Trainsenward 2 muss ich glaube auch mehr haben. Könnte gut sein. Und, äh, in Transport-Fieber habe ich auch deutlich mehr. Ich glaube in der Suche habe ich insgesamt, weil ich habe früher noch auf einem anderen Steam account gespielt, habe ich bestimmt an die 1000 Stunden. Ich glaube, ich habe allein auf dem Account hier 600 Stunden. Ja, deswegen muss ich aufpassen. Wir haben ein restriktiver Modus und 500 kmh zu bewachen, das heißt 20 kmh. Also plus 5 kmh Toleranz, aber 20 kmh. So, jetzt sind die 500 herzweck, jetzt kann ich aus dem restriktiven Modus auch befreien. Jetzt kann ich wieder auf die 100 kmh beschleunigen, die hier gelten, ne? Und dann ist unser nächster Halt, Morsum auf Sylt bei 28.0. Und da sehen wir es auch, werden hier im elektrischen Buchverband so eine weiße Linie, die für das Gleis steht. Und dann sehen wir auch hier, vor Morsum wird es dann zweigleisig. Die Strecke. Genau, 28.0. Und da aktuell 29.0. Und scheinbar, pünktlich abgefahren zu sein. Hat es richtig gemacht. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen trauer in dem ersten Hals schon, ohne möglichen Grundverspätung. Ja genau, zu sie war bei der Kassel Grad. 700, genau sie wird. Sie wird ein kleines Twain sind. es wird zu 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 700 stunden bloß ich habe noch mal 400 über ja schien simulationen die kühle schon ein bisschen bewegen bisschen zeit reinstecken so 228 ein weg gesichert mit holfbanken und Lichtern Lichter sind sie nicht mehr dauerhaft in mindestens wie ich es meine sogar technik elektrische technik das war kein elektrisches vorsignal mit Lichtern und nicht mit vormsignal die moderne hält Einzug auf die Strecke auf die flächende vor holl mit 2 28 nächster Boah, zeitlos sind wir auch gut dran. Ah! Ob ich nicht lesen kann, das ist nicht 2,28,0. Das ist 2,28,8 im Ansteig. Du, das war jetzt eine etwas harte Bremse für die Fahrgäste. Ja, der ist neu auf der Fahrbahn hier. Auf der Fahrbahn? Auf dem Fahrplan? Auf der Strecke? Ich mach mal da noch den Buchfahrplan hier rein. Dann seh ich es vielleicht ein bisschen schärfer alles. Moment, wenn ich jetzt mal an dem rumspiele, dann stopp die Simulation kurz. Entschuldigung, gerade jetzt dafür. Aber ja, 2,28,8 ist also nicht 2,28,0. Es ist ein bisschen unscharf, der elektronische Buchfahrplan. Und das, obwohl ich schon einen 1440 Pixelmonitor habe. Ein bisschen weit? Türfreigabe! Türfreigabe! Ja, nicht an der ersten Tür blau steigen. Das könnte, wir übernehmen keine Haftung führen. Ja, das erste Tür würde ich dir jetzt nicht empfehlen. Nebenwirkungen, das Ausstieg. Für Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Türfreigabe oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheke. Also ich sag mal so, entweder ist der Buchfahrplan unschärfer geworden, oder meine Sehkraft hat sich nur weiter verschlechtert. Wobei ich sagen muss, es ist ein Dingensbuch, aber nicht ein elektronischer, also das will ich auch noch auf. Ich muss ja sagen, ich kann gar nichts lesen. Ich muss ja dazu sagen, ich kann gar nichts lesen. Ich hab die gerade nicht verstanden. Ich hab die gerade nicht verstanden. Ich muss ja sagen, ich kann dort auf den VFDN Fahrplänen, Dingsbums, gar nichts lesen. Achso, ja, okay, für dich ist super fix, ist das richtig. Wobei... Qualität. Ich kann dort lesen Fahrplan und dann irgendwas mit G und dann hinten. Gültig. Wow. Da steht noch 11.05, so was unsere Zugnummer ist. Dann steht das Datum 6.7.18. Und nochmal, dann steht die Uhrzeit 8.34 Uhr und 8 Sekunden. So, jetzt haben wir 120 kmh, beziehungsweise gleich 140 kmh. Wenn wir fahren dürfen, jetzt ist doch einmal über den Damm drüber. Und rüber aufs Festland wieder. Nach Erlandsburg. So bei 211.07 liegt also damals noch. Bis zum dazu rollen. So, 140 kmh gelten jetzt schon. Das geht aber nochmal auf Vollstoff. Bei unserer Maximalgeschwindigkeit, die wir fahren dürfen. Äh... Ist... Äh... 150 kmh, hätte ich glaube gelesen. Wufraplan. Was ich halt in der elektronen Wufraplan sehe, ist... Klaus. 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 Züge wirklich stapelt, im Sinne von gräubigem Sinn. Ne, ne, also die bleiben hinter dann da stehen irgendwann und blockieren sich dann so, dass dann alle Züge rot haben und niemand da vorankommt. Das kann passieren, vor allem auf Strecken, die eine zu hohe Auslastung haben, bei denen man einen zu hohen Chaosfaktor einschläft. Deswegen haben viele Strecken, unter anderem auch diese hier, die eine hohe Belegung an Züge haben, auch einen fest eingeschwellten Chaosfaktor, den man nicht beendet werden kann. Weil wenn der zu hoch wäre und die Züge zu viele Zwischenfälle hätten, dann würde einfach alles schiefen laufen. Weil die KI kann halt einfach nicht so frei und mobil disponieren, wie er dem in der Realität ist. Und wenn der Realität jetzt wirklich irgendwann schiefen laufen würde, dann würden die Fahrzeuge da einmal komplett gehören Rattern hätten haben und die Züge irgendwie versuchen, halbwegs so zu disponieren, dass es möglichst klappt. Wenn man die KI überfordert, weil die ihre Algorithmen und wenn sie zu viele Züge zu viel Verspätung haben und aufgehalten werden, mit irgendwas, dann und sich teilweise überlappen, dann kommt die KI damit auch nicht mehr zu sprechen. Also egal, wie komplex du das Ganze simulierst und programmierst, die Realität ist immer komplexer. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, teilweise, das dann auch so umzusetzen. Das ist auch nicht klar. Also sonst habe ich eigentlich immer den maximalen Chaos-Fraktion geschätzt. Aber jetzt, wie wir auf die Map hier, wie wir gesehen, hatten wir relativ wenig Probleme bisher. Also, ich weiß nicht, wir dürfen nur irgendwie in der Satz-Signal oder irgendwas hatten, ne? Ich glaube, kann man nicht. Und dann auf der Nächste, das kann ich auch beraten. Ich habe mich eigentlich schon mal beschwert, dass hier durch ein Update zu mir das Ganze zerhauen hat, was ich auch der Map Hamburg-Lehrte machen wollte. Ich habe jetzt die Map Hamburg-Hildes, sagen wir mal, dass wir uns doch alles dafür vorbereitet haben, aber die Leute sagen, wir wollen mal, dass wir die Bahnansagen einsprechen und halleluja. Ich habe es rechtzeitig geschafft, alle Szenarien sind spielbar. Das heißt, nächste Woche, es wird weitergehen. Das ist nicht die letzte Folge. Es geht weiter. Es gibt da noch fünf Folgen auf der Hamburg-Hildesheim-Karte. Ich lasse noch als kurzer Einspruch. Auch wenn ich jetzt im Nachhinein durch die Kommentatoren erfahren habe, dass die Map gar nicht verschwunden ist und umbenannt wurde und in einem anderen Ort noch gerutscht ist, aber zu dem Zeitpunkt war es bereits zu spät, da hatte ich schon alles organisiert. Das ist nur ein Ende. Ich war dann so, okay, die alten Ansagen habe ich jetzt eh schon abgeschrieben. Und wenn ich mir vorgenommen habe, das neu aufzunehmen und alles neu geplant habe, dann will ich das auch machen, weil die alten jetzt eh mal im Hirn abgeschrieben und ich will jetzt nicht diese Arbeit, die ich jetzt nochmal neu gemacht habe, in die Tonne zu machen. Deswegen, ja, jetzt also der Hamburg-Hildesheim-Karte. Ich muss mich mal für eine Viertelstunde entschuldigen. Wie viele Watt entschuldigen? Für eine Viertelstunde entschuldigen. Dann muss man eine Viertelstunde alleine. Ich wollte mich sehr unduldig. Ja, sorry. Da müssen wir eine Viertelstunde. So, dann fangen wir mal alleine weiter. So, 2,07. Ja, sind wir auch schon gleich. Haben auch schon gut geschafft. Ich bin bereit, 2 Kilometer noch. Jetzt gelingt alles machbar. Dann kommt der Einfallsegnar, das ist grün. Wir müssen uns rollen lassen. Wir sind nach vier. Wir müssen uns beschleunigen. Wir müssen uns die Gäste nicht rollen lassen. Das Einfallsegnar, das ist grün am Horizont. Genau, wir müssen uns in der Fässerungskandalen, wenn sie uns in der Mannschaften haben. Nächster Halt, Glanzpulbel. Sie war. Was ist das denn hier? Ach, das ist auch wieder so ein Zug wie wir, aber der ist mit Enver angehangen. Also mit Silberlingen. Interessant. Interessant. Wahrscheinlich ein Zusatzzug irgendwie. Vielleicht träge ich aus den Teil von Julien. Vielleicht ist er irgendwie Sonderzug. Dann können noch mehr Leute hier nach Sylt kommen. Dann haben sie aber nicht genug von diesen Merit-Pair-Wagen. Deswegen sind dann alte Silberlinge hier auskramen. Ist das so ein Ausfahrt oder das ist verwehrt? Türfreigabe. 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 So, da sein sollten wir hier. 43 Abfahrt ist 44. Achso, wir haben aber ein bisschen noch verfrüht. Eine halbe Minute Verfrühung hatten wir bei der Ankunft hier. Dann kann ich ja verstehen, wenn wir eine Ausfahrt haben. Aber es sollte gleich kommen. Auch das ist irgendwas dazwischen gekommen natürlich. Da kommen wir natürlich auch direkt hier sehen. Hier haben wir dann einen signalgesicherten Bahnübergang. Hier haben wir die offenen Schranken. Das ist aber einer mit Vollschranken und ohne Blinklichter oder Lampen. Die gibt es auch. Die kein Licht haben, sondern nur ein Signal. Jetzt geht es hier auf grün und dann müsste es auf Bahnübergang schließen. Der Räte muss natürlich erste Bahn umgang schließen und nachgelöstsignal auf grün. Aber ich habe ihn zum Sitz nicht ganz so ernst. Da sehen wir auch wieder die Schranken einmal runtergehen. So. Das heißt, wir können auch in einer halben Minute pünktlich abfahren hier. 44. So und dann lehnsheilig, wie gesagt hier. Da muss er dann mal für drei Minuten stehen bleiben. Mit schließenden Ankunft und Abfahrtszeit da. Aber wenn nur Abfahrtszeit da steht, dann meint das eigentlich, dass man halt eben durchfährt. Wenn es mit einem X da steht, dann ist halt einfach Bedarfshalt. Und ja gut, hier in dem Fall könnte man denken, man müsste anhalten, Türen auf und so. Aber ne. Wir stehen da einfach nur, weil es gibt keinen Bahnsteig, in dem wir halten können. Da muss er aber nur so wahrscheinlich gleich wieder eingleisert. Genau, das ist eben auch im elektrischen Flugfahrplan hier. Da wird es eingleisert und dann hier lehnsheilig. Da ist wahrscheinlich ein Ausweichgleis und dann muss man aufs Ausweichgleis rüberfahren und den Kollegen vorbeilassen. So. 100 dürfen wir fahren. Dann machen wir das auch. Nachdem wir uns jetzt hier einmal aus der Zukunft von der Tatsüberüberwachung mit dem restriktiven Bonus befreit haben natürlich. Bevor wir dann nur 20 km haben. So. Hier vereint sich gleich die Gleise zur eingleisenden Strecke. Die Gleisehalle haben wir bei 205 km. Nein, das ist noch ein Stückchen. Ist es noch 6 km. mit einem elektrometertafel wir sind sechs einschaltkontakt blieb das signal Das heißt, der Einschaltkontakt hat funktioniert, der Rheinland hat regelkonform geschlossen. Dann fahren wir auch gleich über und drüber. Das ist dann runter in der Beschleunerung, wenn man dann gleich reicht. Wir wollen ja keine Abzüge bekommen, wir gehen zu schnell fahren. Da stehen die Autos auch alle, die Linklichter und Warten. Schrank gibt es gar nicht, nur Blinklichter, die hier angehen. Und es gibt sehr, sehr viele Bauarten und Formen von Bannerdenk. An sich sind die auch alle einzigartig. Ein paar Gemeinsamkeiten haben hier, aber es gibt so viele Formen. Die sind nicht schon mal Blinklichter mit den normalen Lampen, mit den gelb-roten Lampen, die sie heute ja eigentlich angebracht werden. Mit Schrank, ohne Schrank, mit Lichtern, ohne Lichter. Ohne Lichter und ohne Schrank gibt es auch. Es gibt so viele Formen, vielleicht immer fast meine. Es wird einfach immer individuell entschieden. Aber tatsächlich gibt es da sogar Regeln, wie die Bahnübergänge auszusehen haben. Und wenn sie davon abweichen. Vor allem die ganzen alten Reichsbahnübergänge im Osten. Die entsprechen alle nicht diesen Normen, wie es da gibt in Eisenbahnbauen mit Hutsordnungen. Weil das Blinklicht in Andreas, was integriert ist, wie es eben bei der Deutschen Reichsbahn der Fall war. Das gibt es ja gar nicht. Das heißt, die ganzen alten Reichsbahnbahnübergänge, die noch nicht saniert wurden. Da gibt es noch in den Brauch, bei anderen Nebenbahnen. Die laufen natürlich alle mit Sondergenehmigungen. Das ist auch sehr interessant. Während die Bundesbahnübergänge mit den Blinklichtern über, beziehungsweise unter dem Andreaskreuz, und dann eben die mit den gelb-roten leuchtenden. Die sind alle durch die Eisenbahnbauen, das gibt es auch noch abgedeckt. Ich weiß nicht, ob da auch wieder Regelungen gibt für welche Kombinationen. Also Kombinationen, also wie sollen die Schranken sein und wie die Lichter. Da gibt es dann auch immer noch Regeln. Vollschranke ohne Blinklichter, Halbschranke mit Lichtern, Vollschranke mit Lichtern. Ich werde nicht genauer, was ich da sehen will, anschauen. Da gibt es auch Videos auf YouTube dazu, wie das genau wird. Ich kann das auch nicht alles merken. Das sind zu viele unterschiedliche Bauformen. Und der liest es einfach mal als die Eisenbahnbauenbetriebsordnung durch. Das ist aber selbst für mich zu viel. So. Wir haben es abgemacht. 60 kmh. Laut E60. Und die Ausfahrt ist aber mit 60 kmh. Die gehen jetzt aber schön gediegen runter. Unter 85 kmh sind wir ja schon. Wir müssen ja nicht stärker brenzen. Da sehen wir es auch. Einfallsignal hat zwei gehobene Flügel. Das bedeutet Einfahrt mit Langsamfahrt. Also wird grün-gelb beim AV-System zum Beispiel. Und jetzt haben wir noch gelb-gelb. Na ja, wie ich schon sagte, wir werden drei Minuten warten müssen. Da sehen wir natürlich gelb-gelb und ein rotes Signal haben. Weil der Gegenzug natürlich noch das Gleis belegt. Und das war ja auch die Stelle, wo ich dann meinte so, da werden wir durchfahren dürfen. Weil in die Gegenrichtung halt den dürfen Sie immer durchfahren. In unsere Richtung. Die Züge müssen hier immer brauchen. Natürlich versucht, eher die Autozüge warten zu lassen als Personenzüge. Die Güterzüge haben natürlich immer in der Regel den Nachrang. Also die Reihenfolge, also die Rangfolge von Zügen ist halt eben. Ganz oben stehen extrem wichtige Güterzüge mit wichtigen Prachten, die eilig und dringend irgendwo hin müssen. Danach kommt Fernverkehrszüge, dann kommt Regionalverkehrszüge, und ganz unten kommen die Allgemeinbüterzüge. Deswegen, wenn man mal in so einem Stellwerk ist oder so einer Zentrale, wo die Züge überwacht werden, wenn man sich das mal anschaut, so. Da passiert es das gerne mal, dass man Güterzüge findet, die dann sehr interessante Verspätungswerte teilweise im vierstelligen Bereich aufweisen, einfach weil die keine Bedienung haben. Bitte, bitte, bitte. Nein! Ich habe 2.000 KZ überrollt. Ich hätte steigern müssen. Ah, Mist. Ach, in der Realität hätte ich jetzt ein kleines Problem. Zum einen mit dem Chef, den wir so irgendwie beichten müssen. Und zum anderen müssen wir jetzt die Fahrtungsleitung anrufen mit, ja, ich bin hier über das rote Signal drüber gerollt, aber ich bin noch rechtzeitig stehen geblieben, dass ich es noch... Jetzt sind immer... Du hast nur, man hat ein rotes Signal. Und da ist dann immer noch ein sogenanntes Durchrutschweg, in einer gewissen Länge, der eingeplant ist für den Fall, dass ein Zug über das wurde sich nicht überrollt, dass der Wende dort noch stehen wird, dass alles noch im grünen Bereich, sage ich mal. Und wenn wir über den Durchrutschweg hinausrollen würden, also dann schon in Richtung sehr nah an der Weiche wären, sodass dann der entgegenkommende Zug uns kollidieren würde, also dass wir da im... ...Lichtraumprofil des entgegenkommenden Zuges dann wären, dann wäre das natürlich problematisch, weil dann müsste für den entgegenkommenden Zug das Einfahrsignal was auf grünes auf rot gestellt werden, und wir müssten zurücksetzen, ne. Weil sonst würde es zu einer Kollision kommen, und das muss man auch immer dem Fallensetter Bescheid geben, damit der erst mal Vorsichtsamt dort das Einfahrsignal noch auf rot stellen kann. Bis geklärt ist, dass wir uns noch im Rahmen halten, dass da kein Problem besteht. So, da kommt der Gegenzug auch, wir dürfen aber erst 53 laut Fahrplan weiterfahren. Autozug im Gegend, aber ihr seht es, kein Problem, wir stehen auf dem Durchfahrtspray, wir sind ja auch nur so 1-2 Meter in dem Signal hingekommen, also wirklich. Da hat man noch 1,2 kmh als der 2. LH-Magnet angesprochen ist. Deswegen, nur so mal in der Versicht, die wir schauen, bis es sich noch auf Grün geht. So, jetzt ist es auf Grün gegangen, das heißt, wir können weiterfahren, auch wenn wir eigentlich erst 53 weiterfahren. Oh, da können wir noch eine Minute zu früh bereits weiterfahren. Das sehe ich jetzt kein Problem, das ist immer halt dann eine Minute zu früh in Nibel. Das ist tatsächlich der nächste Einsatz, aber jetzt steht z.B. im Eck- und Spurproblem, der nächste Halt ist Langenhorn, also, ja, das scheint immer eine Station voraus zu springen. So, umschleunigen wir mal, Ausfahrt haben wir mit 60 kmh, und der gesamte Zuge am ausgefahrenen ist, die 100 hochgehen. Sie fahren. Naja, keine Sorge, ich drücke die Sieber schon. Ich bin auch anwesend, ich bin nicht bewusstlos geworden. Kann man auf dem Fenster schauen, sehen wie sich das Zug hier mal durchwindet. So, jetzt sind wir aus dem Weilchen weg raus, das heißt, wir können jetzt einmal umschleunigen. Mal kurz Rachen befeuchten, ich lerne gerade ein bisschen die Katzen. Es sind zu viel Reden am Frühmorgen, die wir uns ja aufnehmen. Einmal mit Hafer-Kakao, wieder. Ein feuchten Lachen, da werde ich noch ein bisschen durchhalten. Ein bisschen fahren wir noch, das heißt, ihr müsst euch auch noch ein bisschen unterhalten. So, 100 kmh reicht, wieder mal runter. Dann bin ich noch bei 198 Spiele, das ist also auch gar nicht so weit entfernt. So, wir kommen noch ein bisschen durch die Gegend rauschen. Ja, 4 km. Davor haben wir noch, Kilometer vorher haben wir noch, die Absetzung, die Geschwindigkeit auf 80 km a. Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Nibel. Sie haben dort Anschluss an die Regionalbahn 65 nach Dagebüll-Mohle um 9.05 Uhr vom Gleis der Norddeutschen Eisenbahn-Gesellschaft. Bitte beachten Sie auch die Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. Wir verabschieden uns von einem Fahrgästen, die hier aussteigen. So viel das große hier 9.05 Uhr sollen wir da werden, das schaffen wir noch. Und der Fahrplan ist echt ein bisschen umspannt gestartet worden, würde ich sagen. Wahrscheinlich aber auch noch. Und wie ein Pumperkapazitäten sind für den Fall, dass hier die Zugkreuzung da, denn der Ausweichstelle jetzt gerade in Wenz-Hallig, in die mal vielleicht nicht ganz so 100% genau die Minutefunktion hier passiert. ist, dass da noch ein bisschen Ufer von 1-2 Minuten ist. Dass man da jetzt nicht gleich eine Verspätung reinkommt, weil, wie gesagt, eingleisige Wagenstrecke, Verspätung, das ist immer ganz schwierig, weil das wird ja noch nicht los, weil dann kriegt man die Verspätung natürlich auch auf die Entgegenkommissionen-Züge über, weil man sich dann zu spät an den Begegnungen stellen muss, und dann Entgegenkommissionen-Züge dann auch Verspätung haben und so. Und das baut sich dann nur sehr, sehr langsam ab. Wenn da nicht ausreichend Pumperkapazitäten sind. Genau. Grün-Grün einbaut, aber... Und dann... Ich finde, ich jetzt habe es jetzt noch 80 km. 1 km mit 98,4 km das ist die 80 km einmal und dann das Einfahrsignal und das nächste Halt noch Nibel nicht erschrecken ich bin wieder da Hallo wir müssen echt aufhören zu irgendwelchen Essenszeiten aufzunehmen mhm bestimmt so wir fangen ja nach Nibel rein Tobi ja das ist dort schon eine Ausweichstelle einmal langt mal da rum und dann haben wir entgegenkommenden Zug gewartet jetzt kommen wir hier an den ersten Knotenpunkt kommen wir schon in die Gegenrichtung das zügig aber ich schon sagte der Fahrplan er ist sehr gemäßigt gestrickt zum Ankommen 57 wenn ich denn hier stehen bleiben wir haben und da bin ich ein Lebenshaltig auch eine halbe Minute zu früh abgefahren ich halte mal hier ungefähr auf der aber jetzt hier halte wo der Gegenzug ist schon zu Ende ist und das bedeutet dass ich schon kommt am Bahnstück stehen müsste weil der müssen auch am Bahnstück komplett stehen dazu Türfreigabe 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 so diese Türfreigabe diese Ansage warte mal der wir sind ja doppelt so lang wir sind noch doppelt so lang wir sind noch doppelt so lang wie jetzt Gegenzug oder oder kurz nachschauen ja wir sind doppelt so lang wie der Stehenbekommen mit am Bahnsteig oder habe ich es gerade ich habe mich verschätzt ich habe mich verschätzt aieieieiei ja die letzte mal kommt stehen nicht am Bahnsteig ups passiert wird jetzt natürlich die Tür noch mal schließen ne ob wir jetzt hier Abzug bekomme für Abfahrt vor Abfahrtszeit weil ich fahre gar nicht ab ich fahre ich fahre nur ein Stückchen vor der Bahnsteig ist ja lang genug da passen wir ja drauf Stell dir das mal in Realität vor geht einfach die Tür zu den Zug für eine Stunde vor und ja was denn 9 Uhr 1 ist erst Abfahrt und wir sollten auch jetzt erst ankommen achso achso trotzdem ich weiß schon würde man natürlich nicht machen wir würden direkt daran denken dass man schaut wie lange ist der Zug nochmal an einem richtigen Halteschild hält Türfreigabe 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 Aber wir sind 311 Meter lang das heißt wir sollten vielleicht auch an einem Schild halten was für mehr als 300 Meter zuvor gedacht ist 311 Meter Boah das ist schon wäre zumindest sinnvoll sag ich mal so so die Frage aller Fragen ist jetzt zu was ist unser Ausfahrsignal warte mal das hier ist unser Gleis ich möchte euch da hinten irgendwo sehen ich sehe hier nur das ist ein Tranquere Signal das könnte für das Nachbarglas aber auch für unser Gleis stehen ich würde sagen ich tasse mich einfach mal in einer Minute 9 Uhr 1 wenn wir dann wirklich abfahren sollen hast du mich mal vor und wenn sie zwangsbremsen gibt dann war es nicht ich taste mich einfach mal vor langsam bis ich ein Signal mal sehe das gehört also noch ein Stückchen vom Einfahrsignal entfernt stehen weil ich meine 500 Herzüberwachung bekommen obwohl das ja auf rot stehen müsste das Ausfahrsignal das hatten wir ein gelbes Ausfahrsforsignal und dann auch langsam die Tür schließen das rote Männchen das will heute einfach nicht funktionieren oder keine Ahnung das war natürlich befreit aus dem restriktiven Modus mit anderen Worten wenn jetzt ein 500 Herz Magnet kommt dann kriegen wir automatisch eine Zwangsbremsung weil wenn man mit 500 Herz Magneten überfährt dann darf man sich nach vorne nicht befreit haben aus dem restriktiven Modus weil wenn man um die 1000 Herz oder aus der 1000 Herzüberwachung rein kommt dann fängt ja an die 85 Lampe auch zu blinken und nach einer gewissen Zeit also nach einer gewissen Wegstrecke zurückgelegt hat ich glaube 700 Meter waren es wahrscheinlich 1000 Herz Lampe aber der 1000 Herzmüll ist immer noch aktiv was man daran erkennt das 85er Lämpchen blinkt halt eben aber wenn die 1000 Herzlampe weg ist dann kann man sich nicht befreien das heißt dann könnte ich halt eben die Freitaste benutzen und mich aus dem 1000 Herzmüll befreien damit ich wieder normal fahren kann ohne Einschränkungen aber wenn dann eine 500 Herz Magnet kommt dann kriege ich einen Zwangsbremium automatisch weil ich darf mich halt von den 500 Herz Magneten nicht befreien das heißt wenn man ein gelbes Vorsignal hat dadurch halt eben dann zum 1000 Herz Modus kommt aber dann das Nachfolgen aber der 500 Herz Magnet so weit entfernt ist dass man bis dahin sich dass bis dahin die 1000 Herz Lampe ausgegangen ist darf man sich trotzdem nicht befreien weil bringt ja zum anderen auch nichts weil man weiß ja dass dann eh die 500 Herz zu erlauben kommt wenn man weiß was diese 500 und 1000 wenn man weiß was diese 500 und 1000 schlafen und die tun halt eben in unterschiedlichen Frequenzen die schon unterschiedlichen Frequenzen eben Spannungen und je nachdem wie viel Herz das ist es ist eine andere Spannung und daran kann der Füger eben messen was nun befreit hat eben kam es gibt 500 Herz-Magnete, 1000 Herz-Magnete und 2000 Herz-Magnete 1000 Herz-Magnete stehen halt eben bei gelben Signalen oder auch bei stärkeren Geschwindigkeitsrestriktionen die auch unter 100 kmh gehen was halt eben dann bedeutet dass der Zugangssignal bekommt das ist halt eben der Lokführer innerhalb von den 23 Sekunden zumindest im VZWO-Modus innerhalb von 23 Sekunden dann unterbremsen muss auch unter 85 kmh werden 500 Herz induziert das ist halt eben immer vor einem roten Signal 250 Meter vor einem roten Signal liegt immer ein 500 Herz-Magnet und das bedeutet eben dass man dann eben dann zu dem Zeitpunkt wenn man trug aufkert hat 65 kmh maximal schnell sein darf und dass man innerhalb der nächsten ich weiß nicht, war es eine Meterzahl oder eine Sekundenzahl nur sondern innerhalb von einer kürzesten Zeit auf unter 45 kmh runter geht und dann 2000 Herz-Magnet befinden sich an roten Signalen und der bedeutet eben so Portika 2,20 also die Magneten sind da immer ich bin zwar trug mir nicht, dass wir gerade über ein rotes Signal über ein rotes Signal die Magneten sind immer da aber nur wenn, wie etwas kaltes das meinte war das ist der, wenn der Zug die warme sozusagen, wenn die aktiv sind also die Magneten sind auch nur aktiv geschaltet, wenn sie gebraucht werden sonst werden die ausgeschalten naja also wenn es durch das Signal von rot auf grün geschalten wird dann wird auch automatisch der Magnet in aktiv geschaltet wenn es weiter auch ein ganz Magnet an dem roten Signal was jetzt ein grünes Signal ist und dann ist er einfach ohne Funktion das wäre auch so ein bisschen doof genauso auch wie der vorgelegene 500 Herz-Magnet dann wird auch in aktiv geschaltet und wird ja auch nicht mehr genug weil das nachvollziehbar eigentlich rot ist also jetzt muss teilweise auch also hier zum Beispiel in dem Signal ist in der Box gewesen und würde das Signal auch stopp stehen dann wäre das ein 2000 Herz-Magnet so war der Kippe ausgeschaltet und so kommt es manchmal auch dass da teilweise zwei oder drei von diesen Magneten da neben der Strecke direkt ineinander liegen einfach weil es darauf ankommt je nachdem wie das Signal oder was da jetzt gerade gilt muss dann ein anderer Magnet angeschaltet werden deswegen vor allem wenn es eine Kombination das Haupt- und Vorsignal hat muss dort ein 2000 Herz-Magnet als auch ein 1000 Herz-Magnet dann eben möglich sein wenn es angeschaltet wird wenn es vielleicht auch noch eine Geschwindigkeitsprüfstelle ist dann besteht auch noch aus drei Magneten dann können das teilweise auch manchmal vier oder fünf Magnete sein in diesem Fall die da hintereinander liegen das wird dann aber auch noch ein paar auch in der Mitte also ein bisschen also ein bisschen so 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 Die Strecke sollten uns eigentlich schon in- und auswendig kennen. Wir sind ja einmal hier auf dem Markt zwischen Guzum und Ratchet im Level. Wir sind ja zum einen schon einmal INSUS gefahren hier, mit unserem Regionalexpress. Und zum anderen auch mit dem Sylt-Chattacus. Aber die Strecke jetzt zum dritten Mal ab und nur diesmal jetzt in die Gegenrichtung. Also hochvertraut sind wir ja schon. So, hier. So, hier. So, hier. Schäfchen. Hier sind die auch schon diese kleinen Baden-Werkerhäuschen hier. Ähm, was haben wir jetzt? So, wenn sie manchmal so wundert, so irgendwelche einzelnen Häuser, die da so... Einfach random, nirgendwo neben dem Baden-Werkerhäuschen stehen. Also Wohnkreuße, natürlich nicht. Oder auch hier, so und das. Wenn sie uns fragt, so warum. Sie sind einfach daran. So, da waren die Brüder, als die Bangergänge alle manuell kurbelgesteuert waren. Da gab es halt eben in diesem Heusen so eine Kurbel. Und da war halt eben der Schrankenwärter. Er hat gewohnt sogar. Er hat mit seiner Familie gewohnt und hat dann einfach Homeoffice gemacht. Sein Teil. Ja, auch Gartenoffice. Ja, der hat dann einfach dort einen Raum gehabt. Und dort halt immer, wenn der Zug kam, der hat eben dann die Schranke runtergekurbelt und danach wieder hochgekurbelt. Und der hätte so gewohnt. Überleg mal, wieviel Arbeitsplätze so es früher gab, heute einfach gar nicht existierte. Dann sollte man doch aufpassen, wo die Halte kommen. Abweich mal. Dann war was von 184 geredet, ne? Ja, da sind wir gerade. Sifa. Sifa. Bitter nicht an den ersten Türen aussteigen. Dankeschön. Wir sind ja lang. Türfreigabe. Das war klar, dass ich eine Notbremse nicht gemacht habe. Deswegen kam doch, wie es lautet. Zwischen, weil da habe ich einmal die Bremse, alles was geht, reingetanlegt. Das dachte ich mir. Ja, die ersten. Die ersten zwei Türen? Boah. Gut, ich stehe ja mal mitten auf dem Bahnübergang. Aber geschlossen ist ja eh der Bahnübergang. Also alles in Ordnung. Dann ist ja kein Problem. Ups. Passiert. Das würde Pascal natürlich nicht passieren, wenn er nicht aufnehmen würde. Ja. Also, ich war gerade zu vertief. Und was ich noch sagen wollte, bevor mir aufgefallen ist, dass der Halt kommt, wäre natürlich an die Literaturfreunde hier, kann ich dann nur empfehlen, die Lektüre Bahnwärter Thiel von... Er hat das nochmal geschrieben. Mist, ich habe nicht gerade selbst outplayed. Aber Bahnwärter Thiel ist äh... mittlerweile 130 Jahre alt ungefähr. Oder so. Gerhard Hauptmann? Genau, Gerhard Hauptmann hat das geschrieben. Richtig. Wofür bin ich denn hier? Genau, er hat das geschrieben. Ist ja auch ein schönes... Ja, also ein interessantes Werk, sag ich mal. Höhen vielleicht nicht, vor allem das Ende nicht, aber... äh, ein interessantes Werk... halt eben über so eine Bahnwärter, der irgendwo in, äh... Schlesien, nirgendwo an einem Bahnwärter und seiner Familie wohnt. Abseits vom nächsten Dorf. Irgendwo in der Nähe von Görlitz. Spielt das Ganze. Da wird es auch ganz schön beschrieben, wie das da so ist. Ich glaube, da ist auch gar nicht so, dass die dort wohnen, sondern dass, äh, die Familie... im Dorf wohnt, in Erden, immer zu diesem Häuschen geht. Manchmal sind dort so kleine Häuser, und manchmal sind die ganze Wohnhäuser. Kommt halt drauf an. Mal so, mal so. Ja. Wo er es gehandhabt hat. Jetzt ganz weit aus, weil... Ausarbeit... Weil ich erinnere mich. Ich glaube, dass der jeden Morgen mich immer, ähm, dann hinten dort ein paar Kilometer hingelaufen ist. Ich glaube, das ist... Aber so hat man dann... Seine Kinder oder so mitgenommen hat teilweise. So. Hundert... 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 Wir haben heute so kleine Mini-Häuschen, wo einfach immer noch die ganze Technik von Bahnen begangen drinnen liegt. Weil hier solche Bahnen sind natürlich dann aus der Ferne von einem Bahnhof, bei dem besteuerten Bahningsleiter und die Schleuern dann irgendwann über die Perne, die da wieder in die andere, sondern so ein kleines Technikkreuzel, das dann eben im Bahnhof steht. Und was dann eben in der Bahnen auch ein bisschen ausgelöst und in der Bahnen auch schließt. So, wir haben noch drei Kilometer im Bahnhof. Jetzt mal schön, wie wir hier steht. So, wir haben hier ein Schlag in die Landschaft. Ich spüre auch gerne mal das Vorsicht mal vorliegen. So, wir haben hier noch 120 Gramm. So, wir haben uns nicht mit einem 1000-Hast-Magnet überwacht, weil sie zum Beispiel noch über 80 heruntergremsen. So, da befinde ich dann einen Gewöhnlichkeitsprüfabschnitt. Hier, da sehen wir es, die drei Magnete, die hier wieder sind. Und wir prüfen halt eben, wie lange brauchen wir vom ersten Magnet zum letzten noch. Und überhaupt zum zweiten Magnet war es nicht. Nächste, halt. Also, von einem Magnet zum nächsten. Die nächste Zeit brauchen wir. Und daraus kann man den berechnen, wie schnell wir sind. Oh Gott. Und wie zu schnell sind, werden wir jetzt mal zu kosten. Und soweit so logisch die Funktionsweise halt. Also, das ist simpel, aber praktisch. Aber muss ja auch, was wir hiermit ausgedacht haben. Ja, klar. Ja genau, bei den drei Magneten, ich glaube, das ist so, der erste Magnet ist der Eingangs-Magnet. Der zweite ist dann halt der zweite Magnet, bei dem halt geschaut wird. Und dann wird geschaut, wie schnell sind wir. Und der dritte Magnet ist, glaube ich, der 2000-Hertz-Magnet, der da aber nur aktiv geschalten wird, Und wenn die beiden Magneten sagen, der war zu schnell unterwegs, dann wird der 200-Hertz-Magnet aktiv gescheitert, dann kriegt man den Wachstum. Das waren insgesamt vier Magneten. Ja, das kann man auch noch. Das kann auch manchmal vier Magneten sein, das ist noch mal was anderes. Andere Magneten noch drin. Vielleicht noch 500-Hertz-Magneten oder so mit. Das kann sein. So, ich muss eine Haltetafel. Türfreigabe. Türfreigabe. Die wir perfekt gehalten haben. Ja, okay, der wird so ein bisschen zu. Das ist die Haltetafel, die ist so groß aus. Ne, die kleine Tafel ist so ein Tafel. Das ist direkt mit der Tafel ist, aber hier ist die alte Tafel. Wir schauen, aber ich habe hier perfekt eine Haltetage. Ich bin ein Probe, wenn ich aufpassen. Wenn ich aufpassen auf die Strecke. Zurücksehlt der Zusatz, der noch immer mit der Zusatz. Der Zusatz noch Gott. Pünktlich, der 16, 16. Das pünktliche. Hier. 16 sollen wir da sein. 16 sind wir auch da. Da kann sich keiner beschweren. Das wäre ganz sinnvoll. Weil es wäre sonst wie im Auto mit Handbremse anfahren. Wenn wir den Zug dann sagt, ich darf nicht mal losfahren, wenn die Bremse noch drin ist. Wenn das mit dem Auto möglicherweise klappt, aber sich nicht so gut fahren lässt. So. Und da ist der nächste halt auch schon Husum. Und da wird es gleich ein bisschen witzig. Mal mit abwechselnd. 140, 100, 120, 180, 80, 60. Naja, wird witzig. Und die ganze Geschwindigkeitswechseln jetzt hier. Zum Abschnitt bis Husum. Bei 158 ist der Ei am Husum. So. 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 Lückchenrollen. So. So fahren. Das sind noch. 48. Das sind ja fast 20 Kilometer. So. 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 Du hattest du Honig drin. Für den feintranken, ja. Ja. Ich glaube es war Camille, ja. Ähm, das funktioniert. Du musst, glaube ich, lauter reden. Ich muss lauter reden? Ich kann mich auch lauter machen. So. Jetzt bin ich lauter. Ist besser so? Genau. Familie entzündet. Äh, die entzündet. Egal. Ist gut für Rache. Ich bleib dabei. Schau, wir sind noch unter 40. Aber. 166,7. Sie war. Ja. So. 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 Der hat ganz alles mit Draht und man hat nichts. Wo muss der denn hier herkommen? Nur Schlüsse, die dann alleine da stehen. Es dreht sich relativ schnell. Ja. Es hört bestimmt mit Strom, mit dem wir hier fahren. Warte, fahren wir mit Strom? Nee, ne. Wir fahren mit Diesel. Wo kann ich das mal sagen? Hier in Oberloch. Hier fahren wir mit Diesel an. So. Blöde Idee. Könnte man Stromtankstellen für Züge an die Strecke bauen? Also, gerade wenn die Oberleitung irgendwie gerade sowieso kreust. Um, äh, sozusagen... Das sind der Batteriezugprojekte. Also man versucht ja jetzt nach und nach, im Eisenbahnverkehr in Deutschland... zu Elektrofizienzüge. Also, ja, zu Elektrofizienzüge, um Dieselzüge rauszunehmen. Vielleicht, dass man einfach mehr Batteriezüge und Wasserstoffzüge ansetzt. Und während Wasserstoffzüge analog zu Dieselzügen benutzt werden können. Ähm, sieht man aber auch häufig gerne Batteriezüge, weil die, äh, glaube ich, günstiger sind. Und, bei denen ist es halt eben so, die müssen wir einfach nur irgendwo aufladen. Und zum Beispiel auch hier in Schleswig-Holstein, wo wir sind. Zum Beispiel auch letzte Folge sind wir hier auch auf der Regionalbahnstelle gefahren, nach Bad St. Peter-Ording. Und dort sollen ab Dezember auch, äh, Elektrozüge fahren. Und so ist es eben so, dass es eben dort, wo halt eben bereits Oberleitung ist, zum Beispiel an irgendwelchen größeren Anfangs- oder Endbahnhöfen, ne, dass dort dann einfach die Züge, wenn sie dann stehen und ihre Wendezeit und Wortezeit haben, sie dann einfach dann die Batterie auftanken sollen. Oder, dass man an einzelnen Bahnhöfen oder an den Endpunkten eben dann noch Oberleitungen baut, aber halt eben nur für so einen, halt nur für diesen einen Bahnhof, und das während der Züge dann stehen halt eben dann einfach auftanken können. So wie an so einer Stromtankstelle. Nur dann kommt mit, dass die den Ober, ne, halt eben den Stromabnehmer hochfahren und halt eben dann, ähm, den Strom nehmen, dann den Stromnehmung wieder runterfahren und dann halt einfach weiterfahren können, mit der die Stromleitung jetzt drin ist. Und zum Beispiel diese Regionalbahnlinie, die wir jetzt, äh, hatten, in der letzten Folge. Zwischen Busum und Barzeit-Meter-Ordent. Da gibt da gar keinen einzigen Abschnitt, wo irgendwo eine Oberleitung ist, weil selbst in Busum, was ja der große Bahnhof ist, von überall aus, äh, ja, loszufahren sind selbst hier. Die Bahnsteige ist ja nicht aktifiziert. Und deswegen wäre dann halt eben dort einzelne Abschnitte, ja, ähm, also entweder einzelne Bahnhöfe oder manchmal auch einzelne Abschnitte zwischen zwei Bahnhöfen. Die gibt es einfach dann während der Züge, der eben zwischen diesen zwei Bahnhöfen gerade fährt, dann wie schon im Open hat und dann eben einfach dann den Strom aufnimmt, den wir jetzt gerade eben zum Fahren brauchen, als auch noch extra Strom aufnimmt, um den Batteriezügel. Also an sich ja. Und diese Züge, äh, äh, und, äh, Wasserstoffzüge geht es dann vor allem dann dort ein, wo es sich, ähm, nicht lohnt, sowas zu bauen oder wo es breit oder wo es gar keine Oberleitung oder irgendwie sowas gibt. Und jetzt dürfen wir größere Diesel-Netzstrecken oder so, so wie hier. Wir haben so ein Gebiet, jetzt wenn man irgendwo hat, man kann manchmal auch ein Bremsen, ich will nur eine Schwellung rausnehmen. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Gebiet hat, mit ganz vielen Nebenbahnstrecken, die alle nicht aktifiziert sind, wenn man sich da mehrere Linien hat und da ist wirklich nichts, was so wie aktifiziert ist, in der Gegend oder so, dann, ähm, wird da eher Wasserstoffzüge. Da ist dann da einfach mehr lohnt, als erst mal die ganze Infrastruktur aufzubauen für, ähm, die Elektrozüge. Die Wasserstoffzüge haben natürlich auch eine Infrastruktur, die sie brauchen, die Wasserstofftankstellen dann eben. Aber die baut man einfach nur analog zu den Diesel-Tankstellen auf. Es gibt ja auch überall, also es gibt ja auch an Bahnhöfen immer, Tankstellen, wo die Züge auch Diesel auftanken müssen, ne? Und dort können Menschen halt dessen, indem man einfach das so umbauen, dass er dann einfach Wasserstofftank ist. Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Pusen. Dort haben Sie folgende Anschlüsse. Der Regionalexpress 74, der Hauptbahnhof um 9.35 Uhr, und die Regionalbahn 64, und der Wachsang Peter Ording um 9.36 Uhr, direkt gegenüber. Bitte beachten Sie auch die Lautsprecher. Wenn Sie fragen, Sie verabschieden uns von allen paar Gästen, die hier aussteigen. Auf Wiedersehen. Für die gute Auto-Eisenbahn-Fortzerie, wo ich in YouTube-Shorts einfach mal so alles schlaue Eisenbahnen wissen, was ich hier so nebenbein so folgen, rausposaune, mal zusammensammle, und immer in so unter 1 Minuten lange kurze Clips dann da zusammenschneide, so dass man das ganze Eisenbahnwissen von mir einmal geballt hat. Also wenn man sich alle Videos anschauen muss, um nochmal den Eindruck auszutreiben. Wenn ihr einen Vortrag über Eisenbahn machen wollt, dann schaut euch diese Shorts an, dann wisst ihr schon sehr viel. Genau. Und es wird auch mit jeder Folge mehr. Ja richtig, weil jede Folge zusätzlich aufnehmen wird, dann erzählen wir so viel, dass da mindestens ein, zwei Shorts rauskommen über die Auto-Eisenbahn-Shorts-Serie. Plus natürlich unsere allgemeinen Shorts bei den witzigsten Momenten, wie wir es ja sonst noch in anderen Projekten mit Bausum an dem ausnehmen. Was heißt, wie Bausum, aktuell ist es nur Bausum. Ja, aber ist ja jetzt so, dass die Hochkantformate auch auf YouTube einzugehalten haben. Und das sind natürlich genauso innovative, machen da auch mit. Wenn auch ein paar Monate verspätet. Wenn auch ein bisschen verspätet. Wenn auch mit ein paar Monaten verspätet. Naja, wobei, also es wurde, es wurde ja jetzt, es war jetzt erstmal Testphase sozusagen letztes Jahr, wenn man so ein bisschen wie High Zins sozusagen mit reinguckt. Und das Beobachten funktioniert das überhaupt nicht so. Und da haben sie, hat YouTube sozusagen erstmal ausprobiert, wie das sozusagen so funktioniert, ob das passt so. Haben erstmal so ein Übergangssystem für die, für die Bezahlung der Creator eingeführt. Und es wurde jetzt halt Anfang des Jahres, wurde sozusagen ein richtiges, dauerhaftes System aufgrund dessen der Testungen eingeführt. Nächster halt. Und ja, also prinzipiell sind wir halt mit dem, mit der kompletten Etablierung von Shorts sind wir so ungefähr mit gestartet. Ja. Wen es interessiert, äh, für Shorts Creator ist jetzt aktuell so die, äh, die Mindestanforderung für das YouTube Partnerprogramm, also das YouTube Partnerprogramm ist ja da, wo man dann Geld bekommt, wenn die Geld verdienen kann mit YouTube Videos, indem man Wärmung schaltet. Ähm, es ist halt 1000 Abonnenten, wie normal bei Videos. Allerdings braucht man allerdings auch in den letzten 90 Tagen 10 Millionen Shorts Aufrufe. Ja. Und das ist schon eine ganze Menge. Oder wenn man es analog mit Videos probieren will, dann halt eben der 1000 Wiedergabestunden im letzten Jahr. Also in 365 Tagen in dem Fall. Ja. Also man sieht schon die, die Aufrufe von Shorts. Da muss man immer auch so ein bisschen gucken. Ja, so ein Short, das hat mehrere Millionen Aufrufe. Das kann sein. Aber du musst halt auch immer in Relationen sehen, wenn ein Video mehrere Millionen Aufrufe hat, dann ist das wesentlich krasser als so ein Short. Ja. Das ist, ja. Das ist halt dadurch, dass die, die Shorts halt vorgeschlagen werden von YouTube und das Kreuzer zu durch. Ich meine, du, ja. Du musst das eben wahrnehmen. Ja. Sehr, selbe Funktionsweise wie bei TikTok oder bei Instagram. Auch mit dem Reels. Ja. YouTube zählt nicht alles, das Aufruf. Also das ist auch ganz interessant, wenn man den zusammen direkt wegwischt. Ich hab, ich hab mal geguckt. Ich hab nicht herausgefunden, wo er genau die Grenze ist. Bei fünf Sekunden vielleicht oder so, die du das angucken musst, mit das alles Aufruf zählt. Das heißt, wenn du einfach nur durchwischt, dann bringt das keine Aufrufe. Das sieht man zwar in den Analytics. Ähm. Allerdings, halt, wird das dann trotzdem als Aufruf gezählt. Also, ja. Bei uns ist es zumindest so, ähm, ein Drittel der Angezeigten, sozusagen, wenn es im Shorts-Feed angezeigt wird, wird angeguckt. Also gezählt als Aufruf. Und halt zwei Drittel werden halt einfach weggewischt. Ja. Find ich doof. Mehr unsere Schorts gucken, weniger wegwischen. Genau. So. Da sind wir in Husum gelandet. Relativ pünktlich. Jetzt stehen wir ja bei zwei Minuten, ne. Weil hier in Husum ist halt zwar halben Stunde immer Zugtreppen. Dann sehen wir es auch einmal unserem Zug hier. Dann den Gegenzug. Und wenn wir hier einmal durch die Perspektive einnehmen, sehen wir hier auch den Zug nach Fahrzeug Peter Ording. Und hier hinten war, hat man vorhin bei der Einfahrt gesehen, war auch noch eine zweite Regionalbahn. Wo die Nummer hinfährt, weiß ich grad gar nicht. Oh, es müsste in der Ansage gekommen sein. Haben wir vorhin hier in der Ansage mit sie am folgenden Anschlüsse. Dann müsste das gesagt worden sein, wo der Zug hinfährt. Wenn ihr es nicht mehr wisst, spult zurück. Doch, genau. Das müsste der nach Kiel oder Lübeck sein? Kiel? Lübeck? Eins von beiden? Ja, ich glaube das. Ich glaube nach Kiel war es. Oder Flensburg? Ne, Kiel. Das müsste der Zug nach Kiel sein. Wie gesagt, spult zurück. Das gibt extra Wiedergabezeit. Alles für das Business. Ja, ja, ja. So, 31 kann man es auch gleich schon. Das heißt, ich will die Tür auch gleich wieder zumachen. Dann können wir weiterrollen. So, wir haben auch schon für den letzten Halt unserer Fahrt jetzt gleich nach Friedrichstadt. Wo dann noch ein Stückchen weiterfahren werden. Und dann mitten in der Fahrt uns der Kollege übernehmen wird. Den Zug. Wie es üblich ist das eigentlich? Das wird sich so hinter mir Sport und den Zug übernimmt. Dann. Nö, da steigt der Fall in der Schaltestelle vorher ein. Und ja, genau. Und während der Fahrt noch im fliegenden Wechsel. Wir machen den nicht am Bahnhof, sondern wir machen den mitten während der Fahrt im fliegenden Wechsel. Ja. Ja. 3 Sekunden muss ich es loslassen, neu drücken. Ich muss es jetzt halten ja noch ab. Und ja, das wird... Im Spiel ist es so umsetze ich aber jedes Mal eine Tastrichtung, um die Sifa loszulassen. Da gibt es eine Sifa-Loslast-Taste. Okay. Da musste er als Fahrer sozusagen aufstehen, aber trotzdem noch den Fuß drauf behalten. Der andere setzt sich hin und... Der andere muss sich hinsetzen und den Fußschrauspedalen drauf nehmen und dann muss man es wegnehmen. Hey, hey, hey. Und jetzt auch noch nicht nur das Fußpedale, sondern Sifa gibt es auch in Fahrhebel. Bei den Knauf kann man eindrücken, ne. Und wenn man den eingedrückt hält, dann gilt das auch als gedrücktes Sifa. Weil es zum Beispiel, wenn man am Fenster steht halt eben und noch schaut, ob die Türen alles zu sind, aber dann schon den... Also man schaut... Dann schaut das Fenster raus, hat aber in der einen Hand schon den Hebel und will losfahren. Dann würde das ja nicht gehen. So könnte man einfach schon dann den Hebel diesen Knauf da eindrücken und halt eben dann auf Go und dann eben schon losfahren, ehe man sich hinsetzt und dann das Fußpedal drückt. Was meiner Meinung nach einfacher ist, weil dieser Hebel, dieser Knauf da hat schon einen ordentlichen Widerstand. Um die ganze Zeit durchzudrücken, wird das tut immer schon in den Armen weh. Habe ich mal einen professionellen Eisenbahn-Sindulator ausprobiert. Ich glaube ich bin zu schnell, oder? Ne, 120 ist der Ort. Gut, ich brauche. Schnell gucken. Ui, dann einmal auf die 120. Und dann kommen wir jetzt auch gleich hier zu der Abzweigstelle, wo er um die Bahnstecke nach Park, der St. Peter-Ording abgeht. Wo wir ja letztlich vorher gefahren, also sind wir hier auch auf dem Gleis lang gefahren. Richtung Viertelstadt. Und dann sind wir ja gleich hier oben. Und ich bin mir jetzt gerade aus Weidland. Da müssen wir jetzt gleich haben, die Abzweigstelle in den Raum. Na, hör mal! Dann machen wir hier die Hangrasse und dann geht das Fernseher zur Seite weg. Also wieder auf. Und dann war alles weiter vor. Und dann machen wir das wirklich Schritt. Und dann schreuling. Und dann auf 915. In der Friedrichstadt haben wir dann diese Brücke, der langsam macht schnell die 70. Mit der wir ja vor zwei, drei Folgen haben wir daher bestanden zum Direktor. Wie oft ist in der Aufnahme. Und der Kollege hat den Zug nach Hamburg-Altona, ohne halt den Hamburg-Hautenbahnhof. Also wir fahren jetzt im Fall am Hamburg-Hautenbahnhof vorbei. Und dann fährt direkt in der Haltung. Und wir fahren am Hamburg-Hautenbahnhof, das werden wir mal noch umgehen. Also jetzt im Hauptbahnhof, ob wir eben so einen anderen Zug nehmen oder die S-Fahrung schnell fliegen. So, wir sind jetzt da bei 147,1 Euro. Also haben wir auch Müßgenzeit. Da muss man halt kurz halten. Wir fahren hier über die Schnur gerade. Zweigösige Strecke. Ja, ich hab das meine Lieblingsstrecken, die so aufregend sind. Und dann kann man schnudeln. Ja, also wirklich. Weil diese Kilometertafeln und die Bäume nicht, das wäre echt langweilig. Langweilig. Ja. Also ich persönlich bin Fan. Vor allem von so kleinen Nebenstrecken, die so kurvig sind, wo man auch nicht so schnell kehrt, sondern hat eben nur so 50, 60, 80 kmh oder sowas. Und da lang schuppelt mit so einem kleinen Flugwagen. Ich bin Fan. Ich muss mal ganz kurz notieren. Das Kalmar Kurweg, 50 bis 60. Oder auch 80 kmh. Aber 80 kmh fühlt sich wenigstens schnell an. Also nicht nur 80 kmh. Die 60 kmh kann man auch machen, aber die fühlt sich ein bisschen langsamer an. Das ist schon das Beste. Also 80 kmh, hauptsache neben Bahnsteigstatt. Das ist schon das Beste. Nächster Halt. Friedrichstadt. Bitte achten Sie auf den Höhenunterschied zwischen Zug und Bahnsteigkante. So. Ich hab da wieder einen Geschwindigkeitsprüfer geschwitzt. Drei Magneten. Weil jetzt kam vielleicht die Ankündigung für 100 kmh nämlich. Die man auch nicht bestätigen musste. Weil dann nicht kein 1000-Hertz-Magnet da war. Nur wenn kein 1000-Hertz-Magnet da liegt. Und der kommt immer nur bei Geschwindigkeitsankündigungen unter 100 kmh. Das hat immer ein Geschwindigkeitsprüfer gefolgt. Und der ist gerade bewusst, ob wir schon stark genug Unterkunft haben. dass wir hier die 100 kmh die App hier jetzt gelten, noch einhalten können. Ich hab schon in der Bahnsteig. Hier hab ich das Gefühl. Und nachdem es seine Hauptbahnsteige hier liegt. Ich räume ein Stückchen vor. 38 kmh da. Also 39 kmh zum Abfahren. Auch bündlich wie die Maurer. Türfreigabe. 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 Ja. Die Führung sind freigegeben. So, ich glaub die Frage ist zwischendurch untergegangen. Ähm. Diese Türfreigabeansage, die war glaub ich sonst nicht da. Doch. Warum ist das hier? Also der Zug macht das. Also ja, der Zug macht das. Aber warum? Das ist der so gebaut. Warum muss der dreimal Türfreigabe sagen? Ähm. Das ist, ähm. Egal. Nicht hinterfragen. Das kommt halt drauf an. Wie die vom Cockpit her gebaut sind. Und das Wort was hängt drin ist. Zum Beispiel. Gibt's ja auch Züge. Zum Beispiel. Die haben ähm. Einen Sifa Piepen. Das ist ein vergleichsweise so hohes Piepen. Und einen PZB Piepen. Für wenn man PZB bestätigt. Das ist ein etwas tieferes Piepen. Zum Beispiel. Aber da gibt's halt auch Züge. Vor allem Fernzüge machen das. Aber auch halt modernere Loks sind das vor allem. Die das machen. Und halt eben die dazugehörigen Steuerwagen. Wie halt eben der hier zum Beispiel auch. Der ist auch zu der Lok der dazugehörige Steuerwagen. Ähm. Trax-Loks sind vor allem dafür bekannt, dass sie das machen. Und hinter uns ist auch eine Trax-Lok. Die da hängt. Die 245. Und die zum Beispiel. Die reden mit einem. Also die CEs. Also diese Trax-Loks zum Beispiel. Die sagen halt eben. Sifa. Sifa. Der hat einfach dieses Piepen. Oder. Die sagen dann noch Zugbeeinflussung. Wenn ich jetzt. Gleich die PZB drücke. Äh. einmal bestätige. Oder Piepen. Gut der hat jetzt Piep zum Beispiel. Aber es gibt doch welche die dann sagen dann Zugbeeinflussung. Und die sagen halt eben auch. Türfreigabe. Wenn ich halt eben. Ähm. Jetzt. So langsam bin. So stehen bleibe. Und. Damit er ja einfach nicht vergesse. Die Türen aufzumachen. Habe ich auch schon mal. Dass ich in der Regionalwagen gefahren bin. Dann war ich. Ähm. Vorne im. Trieb. Äh. Im Steuer. Im Steuerwagen. Ist kein Triebwagen. Ist ein Steuerwagen. Im Steuerwagen saß ich halt eben da. In der Tür. Und die Lokführerin hatte Feierabend. Die kam da gerade aus ihrer Tür raus. Das ist real life. Nicht in game. Das war im realen Leben. Die kam aus ihrer Tür raus. Und wollte ihm aussteigen. Und da hat er nur die Menschenschraube der unten stand. Und ich hab einfach nur gehört so. Wie sie sich umgedreht hat. Plötzlich und gesagt hat. Ach die Türen. Ich weiß noch gar nicht mehr die Türen aufzumachen. Da ist er nochmal zurück reingegangen. Und hat nochmal den Türschalter gedrückt. Also sie wollte selber ja auch aussteigen. Und der Kollege einsteigen kann. Und ihn zu übernehmen kann zur Weiterfahrt. Hat er so schön ihre Sachen zusammengepackt. Aber auch vergessen den Türen nicht aufzumachen. Du wusstest wenn du zu real life stories wechselst. Wenn du. Wenn es gerade über Züge geht. Und du für ihn eine Zug story erzählen willst. Dann wusstest du es kurz vorher sagen. Weil ich war jetzt echt verwirrt. Immer mit Teaser davor. Achtung jetzt kommt die real life story. Oh ne cool. So. Und jetzt ist die Langsamfahrstelle zu Ende. Das heißt ich kann wieder hoch auf die. 100 kmh. 120 kmh. 120 kmh. Und das ist ja auch schon eine große Sache. Und dann hier kommt es gleich ein Ende. Oder ein rotes Signal. Oder zum Beispiel. Entweder du schick einfach auf oder es kommt ein rotes Signal. Oder du schick einfach auf. Oder du schick einfach auf. Und ich schick einfach auf. Es ist ja schon bis dahinten nichts mehr lädt. Um die Map zu Ende zu Ende zuerst gleich. Einfach ab und auf die Simulation. Und dann kommt die Auswertung. Ja sag ich doch. Dumm. Da kam. Und ich sehe wieder nichts. Die Auswertung. Tobi sieht natürlich wieder nichts. Ja aber schon. Hallo. Wie gesagt. Ein Haltesignal haben wir überfahren. Ups. Wir hatten eine Zwangsbremsung. Ah das war beim. Als wir das Haltesignal überfahren haben. Da kam doch die Zwangsbremsung einher. Ja übrigens Tobi. Keine Sorge. Ich bin mit 1-2 kmh über das rote Signal drüber gerollt. Weil ich ein bisschen zu schwach gebremst habe. Ups. Aber dafür kann ich nur noch was von Durchrutschweg erzählen. Und wie das so ist. Was da der Unterschied ist. Wie weit man über das rote Signal drüber rollt. Zweimal sind wir zu früh abgefahren. Das einmal war in Westerland. Das zweite Mal. Keine Ahnung. Dreimal zu stark gebremst. Neunmal die Türfreigabe vergessen. Das würde ich anspfeifen wollen. Und 0% Abzug Geschwindigkeitsüberschreitung. Wuhu. Hier machen wir mal eine Spitze zu schnell. Ein ganz klein bisschen. Hier machen wir auch noch mal so ein bisschen zu schnell. Hier machen wir schon ein paar kmh zu schnell. Hier machen wir so eine kleine Spitze. Also 1 kmh zu schnell. Wie aber ansonsten. Hat es gepasst? Immer schnell genug. Oder langsam genug eher gesagt. Ja. Dann würde ich sagen. Danke fürs zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Wir waren doch jetzt fast anderthalb Stunden Unterhaltung hier für euch. Ja. Danke fürs zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020